Hallo, grüß dich. Du bist im Dialektkurs. Ich bin im Dialektkurs, ja. Ich habe es dringend nötig. Kinder, Kinder. Hast du Kinder? Für mich ist das einfach interessant. Ich wollte Dialekt lernen, weil viele Freunde von mir Dialekt reden. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in Vorarlberg und ich schlage mich fast täglich mit dem Vorarlberger Dialekt herum. Und ich möchte jetzt einfach mal einen näheren Einblick da rein bekommen, wie das überhaupt aufgebaut ist, funktioniert. Und Judith erklärt es wirklich sehr praktisch. Das ist ganz, ganz flexibel. Das mit dem Aus. Aus. Eins. Aus. Dann zwei. Jetzt. Drei ist lustig, das ist nämlich ... Drei. 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 Ich hab viel gelernt. Und ich habe auch diesen Sprachrealismus gut erkannt. Ich hab so viel gelernt. Das ist super.